Der VfB Stuttgart konnte sich trotz eines schwachen Auftritts gegen die TSG Hoffenheim letztendlich noch einen Punkt sichern und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Dazu muss man zunächst betrachten, wie Hoffenheim im Ballbesitz agiert hat und zwar war die Grundordnung 1-3-4-3. Die Schienenspieler sind dann meistens hochgeschoben, du hattest einen 3-2 Aufbau, wie hier zu sehen. Und so baute man meistens in der regulären Formation auf, hatte auch versucht sich flach hinten raus zu befreien, war darin aber sehr flexibel und fluide, so konnte immer wieder ein Schienenspieler kurz zu einem 4er Aufbau kommen, wie hier Brass, der linke Schienenspieler, oder Stach und Grilic rotierten, da sie ja durchaus ähnliche Profile haben, können ja beide sowohl Innenverteidiger als auch 6er spielen. Im tiefen Aufbau, den wir hier sehen, agierte Baumann zwischen den äußeren Innenverteidigern und Stach schob dann vor ins Mittelfeld neben Grilic und Bischof, wodurch man dort für Überzahl säugte und oft versuchte sich flach zu befreien, wie gerade schon gesagt, hat es die Überzahl im Mittelfeld dort, wo der zusätzliche Spieler sich dann positioniert hat, da Stuttgart es Mann gegen Mann gepresst hat, meistens dann aber mit dem Stürmer auf Baumann durchgelaufen ist. So geriet man dann in Unterzahl und jetzt können wir uns anschauen, wie der VfB gegen den Ball agiert hat. Und zwar hat man sich an Hoffenheim angepasst und auf eine 5er Kette umgestellt gegen den Ball, aus der sie die Hoffenheimer Gutmann gegen Mann anlaufen konnte. Da war dann Leveling der rechte Schienenspieler, generell hat das ganz gut gepasst. Vorne konntest du den 3er Aufbau anlaufen mit deinen 3 Offensivspielern. Hinten in der letzten Linie war es ebenfalls Mann gegen Mann und auch im Zentrum, da die eigene Doppelsex auf die gegnerische durchgepresst hat. Das allerdings hat dafür gesorgt, dass man im Bereich zwischen den Linien immer wieder anfällig war. Den habe ich hier auch markiert, da konnten sich Hoffenheimer immer wieder hineinfallen lassen. Vor allem Kramaric war da sehr gut zwischen den Linien, hat sich da immer wieder gut bewegt. So mussten dann auf die Halbverteidiger herausrücken, was ihnen nicht immer ganz so gut gelang auf Stuttgarter Seite, sieht man dann auch beim Führungstreffer von Hoffenheim später. Beispielhaft wie Hoffenheim diese Mannorientierung ausnutzen konnte, habe ich hier eine Szene in der 3. Minute. Da ist es nämlich so, Krillic spielte ins Zentrum auf Brass, der eingerückt ist. Dadurch zieht der Leveling auf sich mit, lässt den Ball aber durch auf Bülter, der sich nach außen fallen lässt. Der wird dann von Chase verfolgt, somit hat man allein aufgrund dieser Rotation den Mannbezug gewissermaßen aufgelöst, die Stuttgarter vor Probleme gestellt. Dann kommt die Flanke vorne rein auf Loschek, der dann die Riesenchance hat, wo dann Mittelstedt auf der Linie klärt. Und auch auf der anderen Seite musste Hoffenheim auf der Linie klären, der wäre wahrscheinlich nicht reingegangen. Aber es verdeutlicht einfach nochmal, was für ein offenes Spiel das zumindest in der Anfangsphase war, mit Chancen auf beiden Seiten. Da beide Teams relativ hoch angelaufen sind, so auch Räume hinten angeboten haben und beide Teams durchaus komfortabel darin waren, das Pressing zu überspielen. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert, dazu kommen wir gleich. Schauen jetzt aber erstmal auf das Pressing von Hoffenheim, zumindest in der Anfangsphase. Denn das war ebenfalls mannorientiert. Stuttgart hat es relativ variabel aufgebaut, konnte da zwischen Dreier- und Viereraufbau variieren. Je nach Höhe der Positionierung von Mittelstedt ist er hochgeschoben, war es ein Dreieraufbau, war er tiefer, dann ein Viereraufbau. Oder Karasor oder Stiller haben sich mal in die erste Aufbaulinie fallen lassen. Auch die TSG verteidigte es Mann gegen Mann, wenn man mal hoch angelaufen ist, was vor allem wie gesagt in der Anfangsphase der Fall war. Gerade über die linke Abwehrseite war man dann aber anfällig, da Brass aus der Fünferkette nach vorne gerückt ist. Meistens auf Chase und Drechsler dann hinten alleine für Leveling zuständig war. Das war schon ein großes Risiko. Zum Beispiel sieht man das hier ganz gut, denn bei Hoffenheim war es auch so, dass die äußeren Innenverteidiger extrem aggressiv im Herausrücken auf die Halbraumspieler waren. Sind da immer wieder ballnah draufgeschoben, aber haben es tatsächlich auch meistens gut hinbekommen, dass dann keine allzu große Gefahr entstanden ist. Weiter vorne war es beim VfB dann eine klare Dreierkette mit der Doppel 6 davor, welche situativ von Mittelstedt, Mio oder Undaf unterstützt wurde. Gerade die Halbraumspieler mit Mio und Undaf ließen sich immer wieder seitlich fallen, kamen da an den Ball. So kam man dann zwar ins letzte Drittel, konnte dort allerdings kaum Chancen kreieren. Die Struktur war meistens so wie hier, Dreierkette, klare Doppel 6. Die Halbraumspieler und Undaf Mio haben sich immer seitlich sehr weit rausfallen lassen. Dann hattest du zwei Spieler in der Breite auf dem Flügel und einen klaren Stürmer, wobei das auf der linken Seite sehr flexibel war. Elbilal Touré und Undaf haben oft rotiert. Mittelstedt konnte auch mal in den Halbraum, wie gerade gesagt. Trotzdem fehlte da auf jeden Fall die Durchschlagskraft. Denn die Struktur sehen wir hier auch nochmal ganz gut mit den Halbraumspielern seitlich. Die dann aber immer wieder Druck bekamen von den äußeren Innenverteidigern der Hoffenheimer, wenn sie eben den Ball erhalten haben. Das Ganze war auf jeden Fall ein taktisch hochinteressantes Spiel. Aber nach der guten Anfangsphase gab es dann kaum noch Torchancen, weil Hoffenheim dann eher ins Mittelfeldpressing im 5-2-3 übergegangen ist und quasi nichts mehr zuließ. Stuttgart übernahm dann die Kontrolle und mit der Zeit der Dominanz nahmen auch die Chancen zu. Wobei jetzt keine Hochkaräter im Strafraum dabei waren. Und dann erzielte Hoffenheim aus dem Nichts das 0-1 nach einem Einwurf. Da bringt sie den Einwurf vorne rein. Huo verteidigt hinten raus. Fehlt dementsprechend dann auch in der Rückwärtsbewegung. Hoffenheim kommt dann in eine 2-gegen-2-Situation, weil Stiller auch zu weit weg ist von seinem Mann. Dann rückt Schabot raus auf Grammaritsch. Der kann aber den Pass spielen. Eigentlich hat ihn Mittelstädt, macht dann aber den Fehler, sodass Jean Drey trotzdem noch das Tor erzielen kann. Ich würde ihm da aber nicht den allergrößten Vorwurf machen. Ansonsten macht er ein Top-Spiel. Und das Problem war hier eher, dass man überhaupt in diese Situation gelangt. Denn Grammaritsch könnte ja auch locker den perfekten Pass spielen. Dann redet keiner über Mittelstädt. Insofern sah ich den Fehler eher davor in der Entstehung. Zur Halbzeit reagierte Hoeneß dann und stellte auf eine klare Viererkette mit und ohne Ball um. Wodurch man einen stärkeren Flügelfokus hatte. Durch die doppelte Besetzung der Außen mit Flügel und Außenverteidiger. Man spielte dann auch in seinem gewohnten System die Stürmer, die immer wieder etwas tiefer kamen. Die Flügel draußen sehr hoch und sehr breit. Und zudem sollte Mio statt Carasso auf der 6 für mehr Kreativität sorgen. Hoffenheim hat es zu Beginn der Halbzeit dann wieder hoch zugestellt. Hat sich da dann auch klar angepasst. Das war wieder Mann gegen Mann. Dementsprechend hat sich aufgrund der Stuttgarter Formation ein 4 für 2 gegen den Ball gebildet. Bei den Hoffenheimern, die es hoch zugestellt haben. Das hat sich dann aber über den Verlauf der Partie ganz klar geändert. Der Ballbesitzanteil auf Seiten der Stuttgarter nahm dann auch zu. Und Hoffenheim wurde in der Folge immer tiefer hinten reingedrückt. Erst noch ins Mittelfeldpressing, so wie man es hier sehen kann. Da standen sie dann eher im mittleren Spielfelddrittel. Mit der Zeit wurde es dann aber noch tiefer. Dennoch blieben halt die großen Chancen für die Stuttgarter aus. Man hat sich kaum etwas kreiert. In der 73. Minute stellt Matarazzo dann mit der Einwechslung von Juracek sogar auf eine 6er-Kette um. Natürlich war das nicht immer so, dass 6 Spieler in der letzten Linie waren. Da sind dann meistens die äußeren Spieler rausgerückt auf die Stuttgarter Außenverteidiger. Dennoch war die Intention schon da, 6 Defensivspieler in der letzten Linie zu haben, wenn Stuttgart den Ball dann ganz vorne hatte. Ob das jetzt die beste Entscheidung war, weiß ich nicht. So gab man vor allem mit Mittelstedt immer wieder Platz zum Flanken reinbringen, da in seiner unmittelbaren Nähe kein Gegenspieler war, um ihn zu stören. Die meisten kamen auch ehrlich gesagt nicht an. Eine später dann schon noch. Und dennoch ging der Plan von Hoffenheim auf. Bis in die Nachspielzeit hat der VfB ganz klar Probleme, den tiefen Block zu bespielen. Und so sind es dann eben eher Flanken mit einer großen Strafraumbesetzung, die für den Erfolg sorgen sollen. Und dann letztendlich auch machen. Strukturell hat man es so umgestellt, dass Stiller dann der alleinige 6er war. Und man eine Doppel-8, Doppel-10 davor hatte aus Rieder und Voltemate. Davor dann nochmal ein Doppelsturm aus Undaf und Demirovic. Die größte Chance hatte man dann noch in der 82. hier nach einer Flanke auf Undaf. Da kann aber Baumann parieren, den Ball sicher halten. Und so mussten die Stuttgarter dann bis in die letzte Minute der Nachspielzeit warten. Da ist das Mittelstedt wieder einmal mit der Flanke an den langen Pfosten. Kennen wir ja auch schon so ähnlich, sogar in dem Stadion von der gleichen Position fast aus dem Spiel von Deutschland gegen Spanien bei der EM. Okay, warum mache ich ausgerechnet hier den Vergleich? Denn danach kommt sogar ein Handspiel im gleichen Strafraum wie damals mit Kukureya. Sorry dafür für die Erinnerungen. Auf jeden Fall findet eine der vielen Mittelstädt-Flanken Undaf, der Akpoguma an den Arm schießt. Folgerichtig gibt es den Elfmeter, den Demirovic dann zum 1-1-Endstand verwandelt. Ich würde letztendlich zu dem Spiel sagen, in der ersten Halbzeit wirkte Stuttgart selbst nicht schlecht, sondern Hoffenheim gut. Wie auch schon im Spiel gegen Bremen letzte Woche, zumindest bis zum Platzverweis. Da hatten sie durchaus gute Ideen, auch im eigenen Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit hingegen offenbarte Hoffenheim Schwächen im Spiel des VfB gegen tiefstehende Gegner. Dennoch kam Stuttgart aufgrund der Menge an Chancen und der zu passiven Herangehensweise von Hoffenheim noch verdient zum Ausgleich. Denn von Hoffenheim kam in der zweiten Halbzeit echt gar nichts mehr nach vorne. Die haben nur noch verteidigt. Dementsprechend geht das Unentschieden schon klar, weil der VfB die dominante Mannschaft war. Einen Sieg hätten sie sich meiner Ansicht nach trotz der hohen XG-Werte nicht verdient, da sie einfach zu wenig Ideen hatten, wie sie die Hoffenheimer bespielen können. Das soweit meine Ansicht, meine Analyse zu dem Spiel. Schreibt mir gerne mal eure Meinung, eure Erkenntnisse zum Spiel unten in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.